Das Video zeigt das Auslesen von Achsenabschnitten auf dem Graph einer Gerade. Achsenabschnitte sind prinzipiell Zahlen und zwar sind das die Zahlen, die man bei dem roten und dem grünen Punkt findet. Es gibt also deshalb x-Achsenabschnitte, die liegen auf der x-Achse und es gibt y-Achsenabschnitte, die liegen auf der y-Achse. Das ist diese Achse. Wir machen ein paar Beispiele. Diese rote Gerade hat den y-Achsenabschnitt minus 3 und den x-Achsenabschnitt 5. Diese Gerade hat den x-Achsenabschnitt 2 und den y-Achsenabschnitt minus 2. Und diese Gerade hat den x-Achsenabschnitt 2 und den y-Achsenabschnitt 1. Bisher waren die Ergebnisse alles ganze Zahlen. Das kann aber auch mal anders sein. Die Gerade könnte auch zum Beispiel auch hier durchgehen. Und jetzt wäre der y-Achsenabschnitt ungefähr 2,5 und der x-Achsenabschnitt wäre 1. Bei diesem Beispiel hätte man den x-Achsenabschnitt 4,5 und der y-Achsenabschnitt wäre 2,5. Ein Problem bei solchen Geraden ist das, dass man vielleicht diesen blauen, diesen roten Punkt nicht genau ablesen kann. In dem Fall sind die Achsenabschnitte also nur ungefähr, während sie, wenn die so durch diese Punkte verlaufen, genau abgelesen werden können. Das kann also dann dazu führen, wenn die Geraden nicht durch diese sogenannten Gitterpunkte hier verlaufen, dass die Ergebnisse etwas ungenau sind. Das kann auch nicht durchgehen.